Wo ist der Jo, willkommen zu einem neuen Video Ihr seht schon, ich habe kein Headset auf Denn heute werde ich eine Challenge machen Und zwar werde ich eine Runde gewinnen Versucht zu gewinnen, ohne Sound zu hören Ich glaube, es wird echt ein bisschen komisch sein Ich habe es noch nie gemacht Also ich werde nie hören, wo Schüsse herkommen, wo Gegner rumlaufen Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das sein wird Achso, und ich habe gesehen, dass einfach immer noch über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben Also ja, ihr könnt gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Dann hier der neue Shop Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterschütze einen Creator Meinen Creator-Code eingeben würdet Arianfn Dann annehmen Dann steht er da rechts oben Aber der wird leider immer nach 14 Tagen entfernt Also ja, falls ihr mich eintragt, schaut immer mal nach, ob er noch oben da steht Und ja, dann Solo ist es Gott nicht, das wäre ein bisschen zu schwer So, Solo Let's go So, Alter, es ist so komisch Ich höre nur meinen Controller Ich höre nur die Tast von meinem Controller Alter Komm, ich gehe einfach mal hier in die erstgrößte Stadt Pleasant Park Ja, hier gehen auf jeden Fall ein paar mit So, ihr kennt mich, Hundehütte immer Ich kann jetzt nicht hören, ob der hochkommt Okay, perfekt Also ihr hört Sound, aber ich halt nicht Weil, ja, es wäre ein bisschen komisch, wenn ihr keinen Sound hören würdet Es ist so komisch, wenn ihr nur meine Controller-Tasten So ungewohnt Was? Ich dachte, der, ich dachte, der wäre vor mir Von wo? Hinten oder? Ich weiß nicht, ob von vorne oder hinten Hä? Ah Ich will nicht von ihm gesnipet werden So, wo ist mein Schatz? Ah, warte, hier ist der nächste Gegner Okay So, ich muss mal schauen Lohnt es sich, den Schatz zu holen? Ich weiß nicht, wie weit weg der ist Ne, lohnt sich nicht Ich kann nämlich mal die Impulsgranaten Nein Jo, jetzt bin ich tot Ich, ich hatte keine Ahnung, wo er ist Er war unten und dann plötzlich oben Weil ich nichts höre So, komm, ich lande jetzt mal Salty Ja, Salty So, ich habe den einen Solo gemacht Perfekt So, ähm Ach komm, ich lasse einfach mal Eier liegen Ich will einfach nur Pump und P Hä? Ich konnte ja nicht wissen, dass er kommt Okay, gut Ich werde mich gleich safe Noch so auf der Schrecken Wenn plötzlich ein Gegner vor mir steht Oder ich einfach angeschossen werde plötzlich So, ich brauche jetzt erstmal ein paar Mets noch Probiert es auch echt mal selber aus So, ohne Sound zu spielen Dann seht ihr, wie komisch es ist So, es leben nur noch 24 Leute Ich habe keine Ahnung, wo Gegner sind So, komm, ich brauche mich einfach mal hoch Ah, da vorne So, komm Okay, da beim Geysir fliegt einer Und hier ist einer Ah, da ist auch einer So, ähm P90 oder MP Komm, P90 So, hier ist auf jeden Fall eine mit So, danke für deinen Ska auf jeden Fall So, ich schaue mal, ob hier vielleicht noch Loot ist Komm, bitte ein Biggie So, komm, ich nehme mal den Kugler Fahr mal in die Zone Also hier im Kugler Fühle ich mich irgendwie sicher Oh So, komm, hoffentlich werde ich nicht gesniped Okay, wo Könnte noch Gegner sein Vielleicht Richtung Loot Drop Dann komme ich dir erstmal in die Zone Ah, vielleicht einen Berg oben Ah Oh Der Laser So, ich bin jetzt Fuck, wie soll ich da reinkommen? Ah, der muss eh in die Zone kommen. Wurde vom Sturm erfasst? Warte, ich habe den Kill nicht bekommen. Warte, was? Hey, wieso habe ich den Kill nicht bekommen? Ich verstehe nicht, warum ich den Kill nicht bekommen habe. So, da oben ist einer und jetzt leben nur noch 5 Gegner. Ah. hey ich hab warum habe ich null metz als ob ich null metz hatte und es hat so gelegt erstmal lagerfeuer kann ich das hier setzen okay gut gewinnen alter oh mein gott ich hab den snipe so gesehen ich tanze aber hört die musik nicht hoch doppel headshot ich verstehe jetzt einfach wenn der mich jetzt geholt hätte das ist ein heavysnapper wo ist der ich hab echt keinen bock mehr okay der snipe jetzt am ende hat mir echt komplett die lust genommen ich würde sagen das war es auch schon ein Video ich hoffe es hat euch gefallen falls ja könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und vergiss nicht zu abonnieren um nichts mehr zu verpassen create der Code ARENAFAN nicht vergessen und ja bis zum nächsten Mal Ciao